Schafe Hexe, nasse Nylons an Halloween Auf der Gruselparty lässt Alexander die bildhübsche Hexe Svea nicht aus den Augen. Er findet sie wunderschön, ebenso wie er ihre ausgefallenen Spinnennetzstrumpfhosen als extrem betörend empfindet. Insbesondere als die Nylons erotisch feucht vom Urin ihrer Besitzerin werden und aufregend zu glänzen beginnen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de